ARD Text im Auftrag von Funk Ich hab Thumbnails bis 40. Folge schon mal gemacht Alter, ehrlich? Warum das denn? Weil wir so fame sind Was hab ich nicht das letzte mal gemacht? Gar nix Rumgepimmelt Du hast mit mir Höllenstein gefarmt Benni macht nur was, ist voll faul Ah, Höllenstein, hab ich ja noch was Wie mach ich hier noch mal zu Barren? Ich muss in die Gang da rechts rein, ja? Ach, ich brauch hier Obsidian um die Barren zu machen, oder? Ja, hab ich genug Ich nicht Ich werde sterben Wie viel Barren hast du denn? Weil was? Oh Wir können keinen straight in Gang rauben Gib mir dein Herz Weil... Lava da ist Das war erstmal bei mir Hey, warte, 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 komm da rein, komm da rein Was noch mehr? Du bist noch sicher da runterzufallen oder nicht? Ich hab keine Ahnung Nee, du stirbst Warum? Meine Schuld War Spaß, wenn du stirbst nicht, haha Ich wird doch letztens wieder Wasser reinquillt Das ist ja auch noch da Hä? Hä, ist sie? Ich müsste eigentlich Dschungelgras formen Mach ich jetzt noch Wer hat euch diesen Gang zu Fade gebaut? Welchen? Den hier Da fällt man aufs Stein, wenn man runter geht Den im Haus direkt Ich werde den jetzt hier mal gerade bauen Und ich hab Videoaufnahmen Guck, dass du jetzt play Ach, das ist dieses Scheiß-Trick hier Ja, ich wollte meinen Gang hier weitergraben, den ich hier gemacht hab So, ich war... Huuu Der direkt in unseren Gang Verläuft Wann fangt ihr euer supergeheimes Multiplayer-Projekt an? Komm nicht mal Ja, Julian Du musst aufnehmen, das ist doch hoffentlich bewusst Ja, was denn soll ich aufnehmen? Ich weiß ja nicht warum das geht Ja, ja, ja Ja, auch nicht Ja, siehste Sei Unwissen der, die Unwissen sind, weil wir Unwissen sind Habe ich Unwissen schon gesagt? Äh, nein So Ja, ja, wir sind Unwissen Muss euch gleich verprügeln Seid ihr eigentlich so faul, ja? Wir sind doch gar nicht faul Doch Du bist faul Wer ist faul? Ich bin nicht faul Sonst hättest du schon aufgenommen Was denn? Wenn du mir mal sagen würdest, was ich aufnehmen soll, dann könnt ihr doch aufnehmen, oder? Nee, ich werde doch hier nix spoilern Haha Du bist so ein Haar-Gabo Ben, du bist so ein Programm im Singleplayer-Projekt Was? 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 Jetzt nicht Doch Das ist, das ist von dem Singleplayer-Projekt habe ich gehört, aber vom Multiplayer habe ich nix gehört Ja gut, dann äh, Daisy ist ja nun alleine Ohne die beiden Spasten Okay, habe ich bestanden Habe ich bestanden Habe ich auch noch total hier, also hör mal, Benni Hey 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 Ich will meine Rüstung haben Ich will meine Rüstung haben Genau sie dir Meine komplette Rüstung Da 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 Warum mach ich das hin nochmal? Achja Weil der denn langweilig ist Weil wir dich verzwungen haben Nein Nein, ich meine nicht, ich meine nicht, äh, generell, ich meine, was anderes Was ist die Zunge? Ja, ich meine den Gang, warum ich hier direkt daneben noch einen zweiten Gang baue, jetzt weiß ich auch wohin ich den bauen wollte In die Hölle Nein An's Meer? Ja Nach unten, an's Meer Ja, pass doch BIL Nein Du bist doch ein Noob Er hat schon wieder nicht gebaunt Er hat... Ich grabe jetzt den neuen Gang, aber den geht mal um es da kann Nein Doch Der Alte ist gut Der neben dem Haus Ich weiß das so gut Der reicht doch Nee Haha, Hase verreckt ihr ja nicht an Aids Boah, die werden immer so aggressiv hier Ich kriege den Haaren, ich hab mir doch nix getan Doch, die sind weich und knufflig Genau, die sind knufflig Mh mh Wir brauchen noch 30 Herzen, das kriegen wir niemals Ja Das kriegen wir in 100 Jahren nicht zusammen Höchstens einer, aber Ihr seid ja alles so geizig AAAAAAAH Du bist geizig Ich hab gehört, ja Geizig ist geil Saturn Schleichwerbung Schleichwerbung Nein Er hat's ja nicht... Er hat's ja auch einfach frei gesagt, er hat ja nicht geschlichen Loll Ich hab hier Pinky Töt den Nein Pinky Oh Oh Goldcoin Loll Ach ne, der hat 99 Silbermünzen geklappt Oh oh Okay Alter, ohne Licht ist das hier scheiße, Jürgen Nein Der Lichtmann fehlt Alles Ich hab hier raus Ich hab hier raus Ich hab hier raus Ich hab hier raus Oh hope Was lasst Usch Angest du dir? Hätte ich euch fragen können, wieviel Dschungelgrads da in einer Kiste liegt. Nein, 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 ich werde sterben, ich werde sterben. Okay, Benni, kannst du mir jetzt sagen, ne? Finde ich gut. Das war ein tragischer Unfall, Benni. Ja, ja, genau. Äh, was? In welcher Kiste überhaupt? Ja, irgendeiner oben. Ja, ja, schau mal eine durch. Julian hat noch nicht sortiert. Wie sehen die Dinger aus? Das sind grüne Samen. Oh, Samen. Ja, Benni. Benni, trink dir aus. Fuck, tschüss. Jürgengrads da? Ja. Einer. Okay. Der oberen braunen Kiste. Sechs. Oh, nicht sechs. Seis. Brauchen wir noch Gold? Hm, hm. Brauchen wir mal Kohle. Pffff. Pffff. Diese Fucker, ja? Die sind voll stark! Julian... Kann ich ja nix hier. Weißt du überhaupt, was ich mein? Beendet. Ja, diese Dinger da, die Würmer. Ähm, die Dschungelpflanzen. Die sich so strecken. Ah, ja. Ich weiß. Die sind uhrgepisst, ja? Also, irgendwann muss sich jemand verprügeln, wer diese Plattform hier platzierte. Ich? Ich hab Plattform. Plattform. Ich hör jemanden bauen. Ich? Na wen wohl? Ich bin nicht in deiner Nähe. Benni, wenn du meinen Gang angräbst, werde ich dich verprügeln. Meinen Gang angegraben. Okay, dann ist ja gut. Weil ich brauch hier gerade einen Gang, der safe ist, ja? Der, was nur 2 breit ist und nicht breiter. Dass man ja runterfällt gerade. Der, was auch mal runterfällt. Achso, soll ich mitkommen? Aber ist kaputt, Mann. Halt die Schnauze. Ich werde sterben. Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ach, äh, was hab ich denn hier gefunden? Was? Was? Ein, was ist das? Ein Herz? Echt? Ein Kokainstück? Das ist wohl meins. Hättest du wohl gern. Hehehe. Aber wie viele Dings hast du denn? Ehm. Wer? Du? Du? 180. Wat? 180. Viel zu wenig. Tja, ihr gebt mir ja nie aus. Ey, ich hab auch 180, du... Blügner! Ach, ne, ne, ne. Ich hätte gedacht, ich hab 200 schon, ey. Scheiße, ich glaub schon. Ich hab's noch nicht benutzt, ja. Oh, mein Goldcoin hab ich wieder. Den ich vorhin verloren habe. Ich hab's geblieben. Wie auch mit meinem ... ... ... ... ... A Pardon? Nein! Hässler im Pflanze! Ich stirbe ehle nicht an meinen Bomben! Wir stirbern als. Aber es ist scheiße gelaufen, du Drecksviech, ne? Habe ich dich einfach umgebracht, ja? Ah, da ist ja noch eins! Iiiiih, was sind das da rechts? Voll viele davon. Von den Stinkern. Boah, stirn wir nicht, Alter. Willst du schon wieder sterben, ey? Er legt mich halt, legt mich HALT! Ne, wollen wir nicht. Benni, spring im Haus runter, tief mit mir. Ach, da ist wieder Pussy Julian, ey. Gib mal eins, du scheiß Ding. Pussy Julian wieder hier, on the way. Was? I'm on the way, Doktor. Jetzt alles in Baren verwandelt, Lavo. Alter! Was ist das denn hier? Der wird mich verarschen, ne? Ja. Weißt du, wie fett der Dschungel ist? Das Untergebiet? Ja. Ja, es ist immer... Der Dschungel ist immer groß. Es ist ein Dschungel. Ach, ehrlich? Lock ab. Ja. Danke, Captain Obvious. Muckst du? Du hast den Tag wieder geholfen. Ja, ich weiß, dass ich den Tag gesalft habe. Nicht. Das Wasser werden wir jetzt safe ein bisschen. Weil das brauchen wir später vielleicht. Gell, Benni? Ah? Nup. Muss ich mal allein graben? Ich muss ganzes Held schon allein graben. Was machst du eigentlich, Bernhard? Dschungelgras. Ja, durch den Dschungel. Ah, genau. Und Dschungelgras suchen. Und hab schon ein Herz dabei gefunden, ja? Also... Ja. Hi! Hallo, Benni. Was machst du, Benni? Warum fallst du da so dreckig runter? Was macht's? Was machst du? Weil Benni, die Armin, keine anderen Hobbys hat, als runterfallen. Ja, Mann. Voll geil. Ist ja voll das geile Hobby. Das werd ich auch gerne. Alter, ich hasse diese Viecher, ja? Ich weiß, dass du diese Viecher hast. Welche Viecher denn? Diese dreckigen Bienen, ne? Nein! Also diese Würmer. Ja. Also, wusste ich jetzt. Diese scheiß Pflanzen, Mann! Ich weiß, dass sie scheiße sind. Heißt, Man-Eater? Ja. Ah, nein. Ja, hier sind Edelsteine. Geil, hab ich mit. Ich musste doch eigentlich craften können oder nicht? lol fuck ja ich brauche noch zwei stück von will ich das haben ja cool dann hilft mir ja nicht ja ich brauche einen weg brauche mal lieber das lager ja damit ich es ja wiederzielen kann ja benny ist doch auch da oh man wenn ich gerade zu tun habe kann ich ja auch nicht dabei was bezahlt man dich hier eigentlich echt mal was bezahlt man dich denn also hör mal benny essen gehen f*** dich was benny kannst du doch einfach machen bevor du essen gehst ja wo ich doch die ganze zeit was denn sterben kann ich auch hm weißt du das ganz immer als erstes oder wie hast du immer gesagt halt die klappe ich kann nichts dafür wenn ich immer als erstes sterbe warum läst du denn immer vor tue ich doch gar nicht nein du nicht ne das ist keine beweise doch video auf video auf beweise video auf beweise video auf beweise ich habe es doch gesehen man du meinst über sie ja ja das ist klar ja oder wo sie rennen auch einem vor die axt ja hättest du auch ich habe gerade ein zombie geschah und du drehst einfach vor mich ja siehst du johan selbst deine schuld ja du schießt eiskalt mir in den rücken ja wenn du vor mich läufst wenn ich hier jemand anderes bringe ja siehste war es er hat mich auch schon getötet Daniel hat mich auch getötet dafür durfte ich ihn gestern töten das fand ich geil ja weil ich geil ey welchen charakter löschen wollte mit seinen schuhen ja man vorlässlich äh das ist chinesisch oder ooooh das ist alles geräusch ey ja die chinesen werden mir schon verzeihen ne als ich ja noch immer beleidigt habe wieso weil es Asiaten sind ja na klar weil es Asiaten sind habe ich sie beleidigt verpiss dich verreckernd ey wer sagt das denn das das ein chineser ist ja kann auch ein japaner sein oder ein japaner sein oder ein japaner thailänder ja siehste also vietnamese äh ne Asiaten verblähtnames das ist schuld ich will auch nur noch gepisten ein scheiß zwei geschissene ein ooooh gebt mir doch nur dschungelgras scheiiß ich sollttest im coming home Wenn ich es ausnahmeln kann, falls es irgendwann mal gedroppt wird Stand Up Comedian Alter Der Dschungel ist voll riesig, ja? Haben wir den überhaupt schon ganz erkundet? Naja, ich bin letztes Mal gestorben, glaub ich Ach, hier unten waren wir auch schon? Ja Ne, ich guck grad, wo wir so schon drin waren in welchen Löchern Zum Glück hat man einen Grappling-Hooker, da kann man schnell noch rauf in den Luft holen Oder Double Chump Was Benni nicht hat Wir haben hier geklaut Kann ich wahr Doch wahr Da werden wir einen von der Einzelspieler-Welt holen Nein Wieso nicht die hieß, äh Wieso nicht die hieß, äh Das wär doch nicht cheaten Du weißt, wir werden auch nicht alle 400 Leben kriegen, ja? Na, deswegen, ja Die letzten gibt's nicht, oder wie? Ja 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 Jetzt genau Kann her DasÁ Canne Eher Äh Das ist die Zeit, die Anerkennung.